Wir befinden uns hier in einem Raum mit einer dunkelgrau gestrichenen Gipskartondecke. Wie man hört, ist dieser Raum für Kommunikation nicht geeignet. Im selben Raum haben wir nun eine Akustikdecke montiert, Ecophon Master Matrix. Man merkt sofort eine entspannte Raumatmosphäre und die Akustik ist um ein Vielfaches besser. Kommunikation und Konzentration in so einem Raum sind nun wieder möglich. Kommunikation und Konzentration in so einem Raum mit einer Abenteuerung.